Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal so alles rund um mein Bachelorstudium erzählen, denn ich habe gemerkt, das kennen gar nicht so viele und ich muss sagen, es ist ein super cooles Studium. Und gerade für Leute, die sagen, oh, ich möchte irgendwas mit Medien machen, ist es, glaube ich, das perfekte Studium. Und ja, deswegen möchte ich euch da ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe Medienkonzeption in Furtwangen im Schwarzwald studiert und ich starte jetzt erstmal mit so ein bisschen was über mein Studium zu erzählen, wie da so der Ablauf war und dann am Ende noch ein bisschen, wie das Leben in Furtwangen so ist. Also das Studium in Furtwangen ist an einer Hochschule, deshalb geht es sieben Semester. Also anders als an einer Universität. Start ist in Furtwangen immer im Herbst- und im Sommersemester und das bieten, glaube ich, nicht so viele Hochschulen an. Zur Zulassung kann ich sagen, der NC ist meistens bei so 2,5 für Medienkonzeption. Ich glaube, in meinem Semester war er, glaube ich, 2,8 oder 2,9. Man kann aber beim Prüfungsamt anrufen und nachfragen. Die sind super hilfsbereit dort, die helfen den Studenten super gerne, beantworten alle Fragen, die man hat. Vielleicht kann man es mittlerweile auch online abrufen und nachgucken, wie denn da so der NC ist. Aber ich meine, der hängt immer davon ab, wie viele Studenten oder wie viele Leute sich bewerben und kann dadurch super variieren von Semester zu Semester. Ich weiß aber, dass Medienkonzeption den höchsten NC hatte. Medieninformatik war meines Wissens damals NC-frei, also zulassungsfrei. Und Online-Medien hatte, glaube ich, bei 3,0 oder so. Also nicht so viel hinten dran. Das heißt aber, man muss nicht ein 1-Komma-Abi hinlegen, um dort studieren zu können, was definitiv gut ist. Dann gliedert sich das Ganze in das Grundstudium und das Hauptstudium. Grundstudium sind die ersten drei Semester und danach Semester 4 bis 7 sind dann das Hauptstudium. Noch ein kleiner Disclaimer vorneweg. Ich habe studiert von 2015 bis 2018. Die SPO, also die Studien- und Prüfungsordnung, hat sich seitdem leicht verändert. Ich habe mal reingeguckt und muss sagen, die ist deutlich besser geworden für Medienkonzeption. Also ich finde, das Studium ist noch besser geworden von den Inhalten her. Einfach noch zielgerichteter und viel besser als mein Studium damals noch. Da waren so ein paar Prüfungsfächer dabei, wo ich gedacht habe, die bräuchte ich eigentlich nicht. Aber ja gut, waren halt mit dabei. Und ich kann jedem empfehlen, auch in die SPO reinzugucken und zu gucken, ob sich da wieder was geändert hat zu dem, was ich hier erzähle. Ich glaube aber, der Grundaufbau wird gleich sein. Nur einzelne Module werden sich verändern. Also genau das hat ja jetzt auch quasi stattgefunden. Die Verteilung ist ein bisschen anders zu mir, wie es aktuell ist. Und ein paar andere Studienfächer, Module sind im Studienfach mit drin. Im ersten und zweiten Semester kriegt man eigentlich alles vermittelt, was irgendwas mit Medien bedeuten kann. Denn Medien sind quasi überall und umgeben uns ja total und wir interagieren damit dauernd. Also sei es jetzt mit irgendwelchen Apps am Handy oder wenn wir Fernsehen schauen oder am Computer sitzen, wenn wir an Plakatwänden vorbeilaufen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Eigentlich sind Medien immer auch vorhanden und genau das wird im Grundstudium allen eigentlich gezeigt. Ich hatte da Vorlesungen zu Audio-Videotechnik, 3D-Modellierung, Programmierung, also Frontend, also wie eine Webseite oder eine App aussehen kann. Und habe da so diese ganzen Grundlagen von den Medien bekommen. Zusätzlich werden dann in den ersten beiden Semestern auch konzeptionelle Grundlagen vermittelt, wo es einfach darum geht, wie ist so ein Bildaufbau, wie sollte der sein. Und man kriegt da einfach die grundlegenden Regeln zur Gestaltung quasi vermittelt. Und das ist natürlich wichtig, weil nur wer die Regeln kennt, kann sie dann auch später brechen. Der dritte Part vom Grundstudium ist dann eigentlich noch BWL und Medienwirtschaft. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre haben dann auch alle StudentInnen zusammen. Also die Online-Medien und Medieninformatik studieren, kommen da zusammen mit denen, die Medienkonzeption studieren. Und man hat da BWL zusammen. Man hat auch AV-Produktion zusammen. Ich glaube auch 3D-Modellierung haben alle. Also es gibt so manche Module im Grundstudium, die alle drei Studiengänge einfach zusammen haben. und wo man dann auch mit den anderen in der Gruppe zusammenarbeitet und bunt durchgemischt wird und gar nicht so eine Differenzierung stattfindet zwischen den Studiengängen. Im ersten und zweiten Semester hatte ich auch noch so Sachen wie Mathematik und Physik. Das ist jetzt rausgeflogen. Da hat man einfach gemerkt, ja, vielleicht ist es eher was für die Medieninformatiker, aber die Medienkonzeptioner brauchen das definitiv nicht. Dafür ist ein Konzeptionsmodul dazugekommen, was ich sinnvoll halte am Anfang, dass da auch schon ein bisschen diese Grundlagen einfach noch mehr mit einfließen. Ich muss sagen, das Grundstudium ist schon sehr praktisch. Also man hat da sehr viele praktische Aufgaben, wo man teilweise alleine, teilweise in größeren Gruppen Projekte umsetzt. Also wir haben, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, ich glaube im zweiten, macht man einen Film in einer kleinen Projektgruppe, wo man völlig frei wählen kann, worüber der sein soll. Und das Schöne ist eigentlich, dass am Ende vom Semester diese ganzen Filme zusammen angeguckt werden und bewertet werden von den Professoren und die eben einem erklären auch, was gut und was schlecht an der ganzen Sache ist. So, wenn man die ganzen Grundlagen hat im ersten und zweiten Semester, kommt auch schon das Praktikum. Und ich kann mich daran erinnern, dass ganz viele aus meinem Studium gesagt haben, Mensch, das ist viel zu früh, man kann doch da noch gar nichts. Ich hätte mich viel lieber spezialisiert und dann mein Praktikum gemacht. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich total gut, dass es an der Stelle ist, wo es ist. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, man würde das Praktikum zum Beispiel erst im sechsten Semester machen, dann hätte man sich ja schon auf einen Bereich spezialisiert und würde dann erst die Realität kennenlernen, wie dieser Beruf tatsächlich aussieht. Und wenn man dann feststellt, das ist ja gar nicht, was ich machen möchte, dann hat man so ein bisschen sein Studium vielleicht verschwendet, die Zeit verschwendet oder falsch investiert, würde ich jetzt eher mal sagen. Daher finde ich es gut, dass es in Furtwangen so früh ist, also im dritten Semester ist es wirklich früh für ein Praktikum, aber man kann dann wirklich sehen, wie ist die Arbeitswelt eigentlich, passt dieser Job zu meinen Vorstellungen. Und wenn man dann sagt, ja, das war cool, genau das möchte ich später arbeiten, dann kann man in diese Richtung seine Studienfächer ein bisschen auslegen und wenn man sagt, nee, das war doch nichts, dann kann man sich nochmal umorientieren und sich im Hauptstudium andere Sachen aussuchen. Beim Praktikum kann man auch wirklich frei wählen, wo man hingeht. Dadurch, dass man so viele Grundlagen am Anfang hat, kann man auch wirklich überall hingehen. Also ich hatte bei mir Kommilitonen, die waren bei großen oder kleinen Unternehmen im Marketing, bei Mittelständlern, aber auch Leute, die in Agenturen gegangen sind und da eher in Richtung Bildbearbeitung gegangen sind oder in 3D-Modellierung oder in die Programmierung gegangen sind. Ich habe auch Freunde, die ihr Praktikum im Ausland gemacht haben, also auch das wird einem irgendwie ermöglicht. Ja, also man kann sich da völlig frei ausleben, wo man sein Praktikum macht und wo man da hingeht und kommt dann zum 4. Semester wieder nach Furtwangen. Und mit dem 4. Semester beginnt das Hauptstudium und bei mir war es noch so, dass man 4 Module fest vorgegeben hat, ein 5. Modul aus den Wahlpflichtfächern sich aussuchen kann und da kann man wählen, wie man möchte. Viele Hochschulen bieten es ja an, dass man sich so in einem Weg entscheidet. Also wenn man jetzt sagt, man möchte in die AV-Produktion gehen, dann muss man quasi aus der AV-Produktion die Module wählen oder wenn man eher in klassisches Marketing möchte, dann muss man davon die Module wählen und das ist in Furtwangen überhaupt nicht so. Man kann nach seinen Interessen wählen und die können ganz bunt gestreut sein, was man haben kann und möchte. Also man kann in einem Semester programmieren, im nächsten kann man aus AV-Produktion ausprobieren, also Audio-Video-Produktion ausprobieren, im nächsten kann man Fotografie machen, zeichnen, ja, worauf auch immer man Lust hat, kann man da aussuchen. Mittlerweile ist es so, dass im, ich glaube vom 5. Semester wurde ein Modul nach vorne gezogen. Das heißt, im 4. Semester hat man die 30 ECTS eigentlich vorgegeben, die man pro Semester erbringen sollte, aber man kann auch zusätzlich Module machen und das würde ich empfehlen. Denn für mich stand im 4. Semester fest, ich möchte im 6. Semester ins Ausland gehen und würde dann auch gerne meine Wohnung in Furtwangen kündigen. Das heißt, im 7. Semester möchte ich auch nicht mehr unbedingt nach Furtwangen zurück. Im 7. Semester hat man aber noch zwei Module und ich habe die mir im 5. Semester dazu geholt, sprich ich habe im 5. Semester 42 ECTS gemacht, anstatt 30. Würde ich nicht empfehlen. Also kann man schon machen, wenn man geschickt wählt mit seinen Zusatzmodulen. Ich würde es aber auf das 4. und 5. Semester aufteilen, dass man die Module nach vorne holt, dann das 7. Semester frei hat und da einfach nur noch die These schreibt und wissenschaftliches Arbeiten noch hat als Vorlesung. Im 4. und 5. Semester wird es dann spezifischer mit dem, was man studiert. Also wenn man im Grundstudium noch mit seinen Kommilitonen aus Medieninformatik und Online-Medien zusammen studiert, ist es dann im 4. und 5. Semester wirklich mehr auf das spezielle Fach zugeschnitten. Also in Medienkonzeption geht es einfach viel mehr um konzeptionelle Grundlagen. Ich hatte in der Zeit beispielsweise Storytelling, wo man einfach lernt, wie eine Marketingstrategie beispielsweise so aufgebaut wird, dass da ein Storytelling dabei ist, dass da eine Entwicklung entsteht, einfach damit es interessanter ist für den Endverbraucher oder einfach Kunden. Ich hatte aber auch Interaktionsdramaturgien, wo es zum einen um die zwischenmenschliche Interaktion, glaube ich, ging, wie man sich da geschickt ausdrückt. Aber ich glaube auch zwischen Mensch-Maschine, also wenn man beispielsweise eine App gestaltet oder eine Webseite, wie da der Austausch quasi stattfindet, auf was man da achten sollte. Und ich hatte auch, wie sind das, ich glaube Ambient Media, da ging es um Gestaltung. Ganz wichtig ist nämlich Form follows Function, also dass man nicht einfach nur etwas schön designt, sondern eher, dass es eine Funktion hat und schön aussieht. In dem Studienfach haben wir dann auch eine App gestaltet und haben da einfach das UX-Design, also die User Experience Design, wie die App aussieht und wie man sie bedient entwickelt, mussten das dann auch mit After Effects, glaube ich, animieren. Und das war auch ein richtig cooles Fach. Wir hatten damals eine Professorin, die bei Scholz & Friends gearbeitet hat. Also man kann durchaus sagen, die Professoren in Furtwangen, die sind wirklich super gut. Die haben teilweise bei richtig krassen Unternehmen gearbeitet und sind jetzt Professoren und bringen den Studenten ihr Wissen bei. Meine zusätzlichen Fächer, die ich belegt habe, waren im vierten Semester Medienethik und Medienrecht. Fand ich beides super gut, ist auch ein Modul, was zusammengehört. Medienrecht war damals bei einer Anwältin, die von ihren tatsächlichen Fällen teilweise auch erzählt hat, was da so bei ihr in der Kanzlei eigentlich abgeht. Und war super spannend, da einfach zu erfahren, was es zum Beispiel mit einem Patent auf sich hat oder das Recht am eigenen Bild und auf was man da so achten muss, einfach um rechtlich sicher irgendwie zu sein. Und bei Medienethik war es interessant, einen anderen Blickwinkel auf manche Sachen zu bekommen. Also klar kann man zum Beispiel sagen, Sex sells, aber ist das ethisch eine Sache, die man machen sollte? Und inwieweit sollte man die machen? und sich da einfach zu hinterfragen, was gestalte ich da eigentlich und wie gestalte ich es und will ich das so machen, möchte ich dafür mit meiner Marke stehen, mit meinem Unternehmen, ist natürlich eine spannende Sache, die man da machen kann. Im fünften Semester habe ich dann beschlossen, dass ich einen Mix mache aus Fächern, in denen ich unterm Semester Abgaben habe und Fächer, wo ich am Ende einen Examen, also eine Prüfung schreibe. Und das hat ausgesprochen gut funktioniert, also meine Prüfungsphase am Ende war eigentlich recht entspannt, weil ich unterm Semester schon relativ viel erledigen konnte. Zum einen war das Zeichnen, was ich belegt habe, was ich einfach richtig gut finde. Ich habe auch nachgeguckt, es macht immer noch der gleiche Dozent wie bei mir damals und wer sich dafür entscheidet, der kann gar nichts falsch machen. Das ist ein absolut cooler Typ, der einem wirklich beibringt, wie man sein Zeichnen verbessern kann. Und wenn es dann nur um perspektivische Sachen geht, ich finde es super wichtig, wenn man eine Idee hat, dass man die einfach grob schnell skizzieren kann und aufzeigen kann, was man da eigentlich gerade erzählt und was man da meint. Und da ist Zeichnen wirklich sehr hilfreich. Ein anderes Fach, was ich belegt habe, war Typografie. Also da geht es dann um Schriften. Da muss ich auch sagen, der Dozent ist der absolute Hammer. Das ist einer, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt dir knallhart ins Gesicht, wenn irgendwas scheiße ist, was du machst. Aber der sagt auch, wenn es richtig geil ist, was du machst. Und dadurch, finde ich, lernt man total viel, weil man eben genau weiß, welche Fehler man gerade macht und wie man das, was man gestaltet, noch mal besser machen kann. Ja, also beides richtig coole Typen. Kann ich beide Fächer empfehlen und man hat die Abgaben unterm Jahr. Dadurch ist dann die Prüfungsphase entspannter. Furtwang ist total abwechslungsreich von den Wahlpflichtfächern. Ich habe dann zum Beispiel noch Music Business belegt, weil ich mir dachte, bei einem Plattenlabel zu arbeiten, das wäre doch cool. Nach der Vorlesung habe ich festgestellt, ich möchte nicht in einem Musikbereich arbeiten. Aber es war auch total gut, das irgendwie festzustellen im Studium. Und war auch eine interessante Vorlesung, war auch gut gemacht. Den Professor, den wir dort hatten, der war von der Deutschen Pop Akademie, also eine, die sich auf Musik spezialisiert. Und der konnte wirklich was dazu erzählen mit dem Music Business, aber ich konnte mich damit nicht wirklich identifizieren. Und war dann froh, als dieses Modul auch wieder rum war. Im vierten und fünften Semester hat man auch ein Projekt, das sich tatsächlich über diese zwei Semester zieht und wo man dann die ganze Zeit eigentlich dran arbeitet. Das läuft so, dass Professoren Themen vorgeben oder Projekte vorgeben und man kann sich auf diese Projekte bewerben. Ich war damals in einer Projektgruppe, die für das International Office von Furtwangen einen Imagefilm gemacht hat, der eben die internationalen Studierenden anlocken sollte und von Furtwangen überzeugen sollte. Das war ein sehr cooles Projekt. Ich hatte aber auch Kommilitonen, die zum Beispiel einen Imagefilm für ein Unternehmen, das in Furtwangen ansässig ist, gedreht haben und eine App oder eine Webseite gestaltet haben. Wir hatten auch schon ein Projekt, wo ein Kinderbuch geschrieben wurde. Also da ist auch wirklich super vielfältig, was man eigentlich machen kann und welche Projekte es gibt. Und da kann man freiwillig nach seinen Interessen vielleicht auch mit welchem Prof man da gerne zusammenarbeiten würde und kann sich da ein Projekt aussuchen. Im sechsten Semester hat man super easy die Möglichkeit, in Furtwangen ins Ausland zu gehen, weil keine Pflichtveranstaltungen sind, an denen man teilnehmen muss. Also man hat da ein komplett freies Semester. Wenn man in Furtwangen bleibt, kann man sich da 30 ECTS zusammenstellen, wie man möchte. Also einfach aus den Wahlpflichtfächern Module raussuchen, die einem ansprechen und die belegen. Die einzige Voraussetzung ist, glaube ich, dass man ein Sprachmodul belegt. Also da kann man aber auch wählen, glaube ich, zwischen Englisch, Spanisch. Ich glaube sogar Russisch wird angeboten. Also da kann man wirklich aussuchen, worauf man Lust hat und das belegen. Und für alle, die nicht in Furtwangen bleiben wollen. Die können ins Ausland gehen. Und das haben auch wirklich sehr viele von mir genutzt. Also ich war ja in Südkorea. Freunde von mir waren aber auch in England, in Amerika, in Spanien, in Finnland, in Australien. Also man hat da wirklich Partner, Unis überall auf der Welt, in die man super einfach reinkommt. Einfach weil das International Office von Furtwangen super aufgestellt ist und richtig gut dabei hilft, jemanden zu vermitteln. Und was da auch super gut ist, für alle, die denken, oh Mist, Auslandssemester, super teuer, kann ich mir nicht leisten. Alle, die ich kenne, haben ein Stipendium bekommen. Einfach weil das International Office jeden versucht zu vermitteln und denen irgendwie ein Stipendium klar zu machen. Damit man eben, ja, auf jeden Fall ins Ausland gehen kann. Also man wird wirklich dazu ermutigt und es wird einem möglich gemacht, ganz einfach ins Ausland zu gehen und im Ausland zu studieren. Und ich habe auch von keinem gehört, dass eher Kurse, die belegt wurden, nicht angerechnet wurden. Also es wird eigentlich alles angerechnet, was man im Ausland macht. Also das heißt, man muss dadurch kein extra Semester machen. Bei ganz vielen anderen Hochschulen ist es ja so, wenn man ins Ausland möchte, muss man ein extra Semester einlegen. Und ja, das ist ja für viele nicht so attraktiv, dass man länger studiert, als man eigentlich muss. Und in Furtwang ist das einfach total integriert in den Studienverlauf. Und man wird dazu ermutigt, es wird einem möglich gemacht, ins Ausland zu gehen. Und ich kann es jedem definitiv empfehlen, das zu tun. Alle meine Freunde sagen auch, das Auslandssemester war die beste Entscheidung überhaupt. Also ja, definitiv empfehlenswert und ein Pluspunkt für Furtwang. Wenn man aus dem Auslandssemester zurückkommt, steht noch das siebte Semester an. Wer die beiden Module aus dem siebten Semester nicht vorgeholt hat, hat da eben noch zwei Module. Aber soweit ich weiß, werden auch manche Module im Blog-Unterricht angeboten oder als Online-Vorlesung. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig in Furtwang sein. Wenn man eins von diesen Modulen wählt, dann kann man da einfach für die Blog-Veranstaltung nach Furtwang zurückkommen oder eben online daran teilnehmen. Am Ende hat man nur noch die Bachelor-Arbeit und dann hat man sein Studium geschafft. Furtwang, finde ich, klingt immer nach so einem Standort, der nicht so attraktiv klingt, weil es einfach eine super kleine Stadt ist. Man darf die Hochschule aber definitiv nicht unterschätzen. Furtwang wird regelmäßig in den verschiedensten Kategorien ausgezeichnet. Zuletzt wurden sie ausgezeichnet als die beste Hochschule für internationale Studierende. Das war die einzige Hochschule, die in dem Top-10-Ranking überhaupt drin war und waren da, glaube ich, auf Platz 5 oder 6. Also super gut. Die Bibliothek für, wenn man Studienarbeiten schreibt, ist unfassbar gut. Man ist quasi in allen Online-Bibliotheken drin und kann da alle Bücher als E-Books runterladen. Auf Journals hat man Zugriff, also das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Ich bin jetzt an einer anderen Hochschule für meinen Master und weine dem Ganzen tatsächlich ein bisschen hinterher, wie einfach es war, dass man in Furtwang an alles rangekommen ist und habe jetzt eher Probleme, an Bücher und Journals zu kommen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und Furtwang hat einfach die beste Online-Bibliothek. Die werden da Jahr für Jahr ausgezeichnet und ich kann nicht verstehen, wie andere Hochschulen da so hinterherhinken können. Und von der Ausstattung ist die Hochschule super gut. Die Professoren sind super nett. Dadurch, dass alles so klein ist und familiär, kennen einen die Professoren auch super schnell. Und ja, es ist alles sehr eng, sehr familiär. Jeder kennt jeden. Und da herrscht einfach ein super Zusammenhalt zwischen den Leuten. Ich habe dort auch meine besten Freunde kennengelernt und würde es wirklich vermissen, wenn ich die nicht hätte. Furtwang ist irgendwo im Nirgendwo. Ganz viel Natur außenrum. Also wer halt wirklich nicht auf Dorfleben steht, für den ist es vielleicht nichts. Ich muss aber sagen, mir hat es an nichts gefehlt. Während andere in irgendwelche Clubs dann gegangen sind, gab es dann halt in Furtwang Hauspartys, bei denen man war. Das Schöne ist, dass Studenten meistens immer ein komplettes Haus mieten und da als WG zusammen wohnen. Sprich, man hat ein komplettes Haus, in dem man feiern kann, wenn man möchte. Die Mieten sind super niedrig. Ich konnte mir dort eine Wohnung leisten, die hatte 45 oder 50 Quadratmeter und hat genauso viel gekostet wie hier. Mein kleines Studenten-Apartment. Es ist alles fußläufig erreichbar. Also man braucht in Furtwang kein Auto oder sonst was, weil man überall im Endeffekt hinlaufen kann. Wenn man raus möchte aus Furtwang, dann braucht man schon ein Auto. Aber dadurch, dass so viele Studenten dort sind, findet man eigentlich immer eine Mitfahrgelegenheit. Einzige, wo ich sage, das fand ich wirklich grenzwertig, waren die Winter in Furtwang. Da liegt halt wirklich richtig viel Schnee. Also ich hatte einen Winter, wo es über Nacht 70 Zentimeter Neuschnee gab. Und das ist dann schon verrückt und es schneit auch oftmals noch im Mai. Also ja, es ist sehr kalt dort im Winter. Sehr viel Schnee. Aber ich meine, wer gerne Skifährt oder Snowboard fährt, der wird sich da super wohlfühlen. Und das Gute ist auf der anderen Seite auch wieder im Sommer wird es dann nicht ganz so heiß. Also wenn im Rest Deutschlands irgendwie 35, 40 Grad sind, ist es in Furtwang super mild und angenehm. Ja, also ich muss sagen, ich habe mein Studium wirklich geliebt. Auch wenn ich im Endeffekt nur effektiv zwei Jahre in Furtwangen war. Ich finde, das Studium ist super aufgebaut. Es wird ständig verbessert und daran gearbeitet. Die Professoren, die dort arbeiten, sind super. Die Leute, mit denen man studiert, sind auch eigentlich immer total nett. Man hat alle Möglichkeiten, sich auszuprobieren und zu gucken, was zu einem passt, was man gerne machen möchte. Wird da ermutigt, alles auszuprobieren. Ich kenne ganz viele, die nach dem Studium ihre eigene Agentur gegründet haben und sich selbstständig gemacht haben. Und ja, die den Grundstein quasi schon im Studium gelegt haben, weil sie die Ressourcen der Hochschule nutzen konnten, um sich selbstständig zu machen. Es ist ein super Studium und ich kann es wirklich empfehlen. Das alles war jetzt ein super langes Video mit ganz vielen Informationen drin. Ich hoffe, ich habe alle Fragen, die man dazu haben kann, irgendwie beantwortet. Wenn noch Sachen offen sind, ihr irgendwas wissen wolltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf oder mache nochmal einen zweiten Teil zu dem Video, falls genügend Fragen zusammenkommen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao!